Servus, ich bin der Michael Mittermeier. Ja, Comedy, gib mir seit langer Zeit auf den Keks. Ich bin jetzt Charakterdarsteller. Ich bin der Drache Hector in dem Kinofilm Hexe Lilly. Hallo, ich bin der Drache Hector. Ich höre Stimmen. Das klingt ja wie ein Dudelsack im Stimmbruch. Das ist mein Film. Ansprechender Mini-Hüpf-Dino. Jetzt geh endlich. Oh, tschüss. Bei mir ist wenigstens alles echt. Du Komiker, ich bin hier der richtige Flugdrache. Ja klar, Flug, du kleiner dicker Zackenfrosch. Dick? Das sind alles Muskeln vom Fliegen. Dann flieg mal was, Schiff. Als Hubschrauber wärst du arbeitslos. Schau mal, was ich kann. Drachenmichel. Entschuldigung. Das macht nix. Seht man kaum. Passt so. Also dann, wir sehen uns im Frühjahr 2009 im Kino. Dann startet Hexe Lilly, der Drache. Und das bin ich. Und das magische Buch. Was ich zum Leben. Buschrauber. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020